Hallo und herzlich Willkommen in Südafrika. Ich freue mich riesig, dass du dich für diese Reise interessierst und ich kann dir versprechen, diese Reise ist nicht nur eine wahnsinnig gute Fröhreise, sondern ein absolutes Erlebnis. Ich bin sprachlos. Tatjana ist sprachlos. Ja und ich freue mich jetzt, dass es jetzt wirklich los geht. Jetzt stehen wir an der Location und jetzt geht's los. Vicky, kannst du sagen, wie wir die Tiere zu der Location kommen? Wir gehen und schauen sie und dann fragen sie, ob sie kommen möchten. Und dann können sie uns mit uns befreien. Wir haben ein bisschen Essen mit uns. Es ist einfach dieses komplette Gesamtpaket haut mich hier wirklich um. Also ich bin so dankbar, hier zu sein und dass ich mich dazu entschlossen habe, das mitzumachen. Wir werden Geparden nah sein. Wir werden Models mit wilden Tieren fotografieren. Wir werden Elefanten nah sein. Wir werden die Wildnis erleben. Wir leben. Wir haben viele andere Tiere hier auf der Reserve. Es ist eine konservanzierung, wo wir die Tiere konservieren und nach ihnen schauen. Some of die Tiere haben geblieben, sie haben geblieben, sie haben geblieben. Sie haben einfach hier zu leben. Aber das ist das, was wir machen. Er ist frei zu gehen, wo er will. Er ist auf dieser Farm. Und die meisten der Tiere, die wir arbeiten mit, mit dem Fotoshop und mit den Workshops, die wir machen, sind mit Ähnlichem. Es ist so großartig gewesen. Es ist einfach, ich bin so mega happy nach jedem Shooting. Ich hatte tonnenweise Bilder. Ich konnte definitiv noch ein paar Wochen hier bleiben und in dem Sinne weitermachen. Ich würde es jedem empfehlen, das zu machen. Weil es ist eine Erfahrung wert. Man nimmt auf jeden Fall ganz vieles mit. Man sieht auch, wie man sonst hier so lebt. Und das Tolle ist, dass man hier von oben einmal gesehen kann. Es ist unglaublich unterschiedlich. Es ist schön zu sein. Es ist eine unglaubliche Reise. Ich bin so froh, das gemacht zu haben. Es ist ein ganz grosses Dankeschön an Anne, dass sie mir das ermöglicht hat, dass ich auch mal mitkommen darf. Es war wirklich super toll und ich danke dir von Herzen. Ich bin so froh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020